Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Mein Leute, herzlich willkommen zu Nintendo Switch Sports. Heute in meinem Duo. Sunny ist hier, das heißt der Avatar fehlt. Hallo. Ja, ich habe den Sunny schon mal ein bisschen reintrainiert und meine wundervollen Tipps zum Volleyball gegeben. Ich wollte nicht alleine spielen. Du bist nur ein Geist. Ich bin eine seltene Kätzchen-Shiny. Und ich habe für den Sunny schon mal ein bisschen gespielt, dass er ein paar Sachen freigeschaltet hat. Da haben wir beide einen dummen Koch in unserem Team, der nix kann. Also wir machen hier die ersten Runden lokal, einmal alle Spiele gegeneinander und danach machen wir sogar noch so ein paar Online-Runden. Also wir machen hier gerade eine Aufnahme-Session, liebe Zuschauer. Ich werde dieses Spiel verlieren. Dafür werde ich im Bowling umziehen. Ja, wir haben dann so ein bisschen gespielt. Im Bowling bin ich halt absoluter Müll, aber im Volleyball basier ich eigentlich. Ich lese den Computer. Ich bin kein Sunny. Aber mein Computer leider. Ja, wir haben schon so viele neue Online-Runden gesehen, die nach einem Block das nicht wieder repariert bekommen. Ja, ich habe es ja auch unter meinen Videos gelesen. 90% des Spielers sind für Dullis. Oh, dann kommt es gar nicht so schnell. No! Das hat sogar gemacht. Da kann man einfach nicht mehr raten. Du darfst ruhig auch A drücken. Entschuldigung, ich wollte kurz den Armin ein bisschen beiseite schieben. Aber viel zu früh. Ja, das kann auch gefallen. Ich kann hier leider keine Emojis reinsparen. Nee. Handy kannst du behalten. Ja! Der hat doch nur in die richtige Richtung gezählt, als ich den nicht mal geblockt habe. Los! Wie heißt man? Komm, Martin, los! Wir verbrü... Oh! Ja, ist der durchgekommen. Wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Martin und ich haben es geschafft, da hast du recht. Jetzt war ich fertig. Komm, Martin, hau ihn durch! Komm, was macht der? Komm da hinten! Dull sei, der macht alles richtig! Das war kacke. Nice! Das wird mein Victory! Das werden wir noch sehen! Du, Joli! Wie? Ich habe ihn... Ne, ich habe ihn zwar richtig bewegt, aber er hat ihn trotzdem irgendwie nicht bekommen. Das ist so... Ganz powodem ist es nicht so lange dauern können. So, Joli! Der macht alles richtig, der Trist. Das wäre... ... ... ... Das war ohne berufliche Probleme. Komm, hau ihn durch. Gott, die CPUs zum Kotzen. Der steht da einfach rum und macht nichts. Ja, der Martin, der war gut. Also wir schaffen wahrscheinlich zwei Sportarten pro Video. Abgesehen vom Bowling. Das wird wieder ein Einzelvideo wahrscheinlich. Jetzt kommt Badminton. Da musst du richtig bad sein. Das habe ich noch nie gemacht. Ich wink dir mal. So genau musst du auch nicht sein. Du kannst nicht mittendrin auch einfach x drücken. Ja, nein. Genau das meinte ich gestern, als wir so gespielt haben. Manchmal fliegt da einfach komisch hin. Ja. Ah, ich mach fertig mit Dulli. Du hast keine Trout. Ja. Ja, das sind diese Ultraaufschläge. Die sind auch schwer zu kriegen. Diese schwachen Bälle, die machst du übrigens immer die hintere Taste da jetzt, ne? Ja. 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 3-2-0. Das wird ein Haushoher Sieg. Ja, das habe ich gleich noch nie gespielt. Ja. Aber du hast trotzdem E-League. Ja, weil du mich gespielt hast. Ich dachte wir machen so ein Match. Ja. Ja, das liegt noch nicht vor dem Ding. Ja. Ja, das liegt vielleicht noch nicht vor dem Ding. Ja. wie sie immer ich würde ich keine chance die fälle war einfach nicht mehr hinterher kommt ja eine ich habe gesprungen aber irgendwie fliegt man sogar das mag ich so an diesem spiel nicht dass die menschmein mit gar nicht schlicht bitte nicht mir ins gesicht schlagen das ruhig ein stück von mir weg wirklich nur ins gesicht jedoch auf die meine eingeflogen ist als der untergang ja leute das war's mit dieser folge ich habe ja schon gesagt wir packen zwei sportarten in einem video immer wenn sie gewöhnt ab und nike lassen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis zum nächsten mal